Hallo zusammen, ich habe mich gestern impfen lassen, mein Arm tut weh. Oje, Mini. Heute spreche ich über Amadeus Feier. Am Ende des Videos schaut es euch mal an, das ist eine relativ konservative Aktie, eine Zeitarbeitsfirma aus Frankfurt. Aber vorher zeige ich euch noch ein bisschen New York, ein paar Eindrücke. Ich bin froh, dass ich jetzt die erste Impfung gemacht bekommen habe und ich kriege in zwei Wochen die zweite. Und dann ist das auch erledigt für mich. Ich drücke euch die Daumen. Bis dann, ciao. Hier siehst du die Ford Foundation, da habe ich mich gestern impfen lassen mit Moderna. Ich war auf so einer Warteliste. Und dann gibt es hier so einen Beobachtungsraum, da schauen die, ob es dir noch gut geht nach der Impfung. 15 Minuten, 20 Minuten lang ging ratzfatz. Die Impfung hat alles in allem 30 Minuten gedauert. Dann war ich wieder zurück auf den Beinen. Hier auf dem Weg nach Hause, ich bin gelaufen von der Ford Stiftung Ford Foundation. Auf der Ist-Seite gibt es dieses Kino-AMC. Die sind ja auch nach oben gepusht worden. Hier liegt ein Obdachloser vor der Tür. Das Ding ist geschlossen, das Kino wegen Corona. Aber es besteht ja auch natürlich die Hoffnung, dass das alles wieder zurückkommt, wenn die Leute geimpft sind und diese Krise sich wieder erholen sollte und weniger Leute infiziert werden. Und dann besteht die Möglichkeit, dass mehr Leute wieder ins Kino gehen, in Restaurants und bestimmte Branchen, Airlines, Hotels profitieren werden. Hier siehst du links etliche geschlossene Geschäfte. Hier liegt auch wieder ein Obdachloser vor dem Sherwin-Williams. Das ist ein ganz toller Farbenladen. Super Dividendenmaschine. Super Performance, Langfrist-Performance zu Aktien wie Farbenhersteller. Also es sind schöne Buy-and-Hold-Aktien eigentlich, weil es wird immer gebraucht, Farben, Imprägnierung, Häuser werden gestrichen, Material wird gestrichen. Also ist ständig was zu tun. Und du hast einen stetigen Verbrauch, stetige Nachfrage. Hey, Fairway ist ein jüdischer Supermarkt, sehr zu empfehlen, finde ich sehr gut. Viele frische Sachen haben die. Jo, hier über Grün zu laufen ist auch nicht so einfach, die lassen dich einfach nicht laufen. Schaust du, es ist lebensgefährlich. Ein paar Restaurants haben noch geöffnet. Es hat geregnet, deswegen erhielt ich den Anruf von der Impfstelle. Ich war auf einer Warteliste und die haben gesagt, hey, heute ist total leer, du kannst gerne vorbeikommen, wenn du magst, aber beeil dich. Du musst da sein bis, die haben mir genau gesagt, dann habe ich mich behalten, bin schnell hin. Sonst hätte ich auch nicht die Impfung bekommen, weil ich eben auf einer Warteliste war, hatte ich die Chance. Es hat ganz schlimm, also geschneit am Morgen und dann noch mit Regen und das war richtig unangenehm. Ich denke, deswegen habe ich den Anruf auch bekommen, hey, hier ist Target, eine super langfristige Aktie, so eine Art Kaufhauskonzept, aber ein modernes. Sehr günstig und fair, die haben auch eine kleine Lebensmittelabteilung da drin und flächendeckend in den USA vertreten. Kann man auch gut online shoppen, die haben also auch das umgestellt Richtung mehr E-Commerce, Onlinehandel, aber hier siehst du aber auch ein super Sortiment, sehr attraktiv, preislich. Gerade junge Leute gehen dort gerne hin, kannst alles kaufen, jetzt siehst du ja Wasser und Käse und Kleidung und Kosmetik und also Kaffeemaschinen, Elektronikabteilung, und die haben alles Mögliche. Jo, also da hat es auch noch geregnet am Nachmittag, das war so gegen 15.30 Uhr, war ich auf dem Rückweg. Bei diesen Straßenhändlern kannst du gut Gemüse kaufen und Obst und so. Da kannst du also Bananen, kriegst du alles Mögliche, wer da günstig einkaufen will, kann auch dort mal schnell shoppen gehen. Das findest du an fast jedem Eck, diese Gemüsehändler auf der Straße. Hier ist ein Fresh Direct, der stellt in dem orangenen Lebensmittel zu. Hey, Learn Sherman, Nikolas Jakobi, habe ich gesehen, der hat Erwerbung gemacht. Für Deutschkurse, do yourself a podcast, du kannst ein Podcast lernen, überall bieten die Leute Kurse an und Tutor, Harvard Tutor für irgendwelche Kurse, also für Mathe oder so. Ich fand das ganz interessant, die Leute werden kreativer. Hier ist eine Kirche abgebrannt, die ist leider, gibt es nur noch die Fassade und der eine Turm steht noch, der Rest musste abgetragen werden. Das ist traurig, weil es war eine sehr, sehr alte Kirche auf der East-Zeit. Das war eben einsturzgefährdet nach dem schweren Brand. Hier sieht man noch die Vorderfront steht noch, der Rest ist weg. Ich glaube, das ist ein Stand durch einen Kabelkanal. Ja, du siehst halt quer durch die Stadt, überall ein Problem mit dem Müll und Möbel. Die Leute schmeißen ihre Möbel weg, ziehen aus, ziehen weg, ziehen um. Es liegt an den hohen Mieten, an den hohen Kosten, die New York hat. Und deswegen hast du eine große Welle, die eben abzieht. Gerade aus Manhattan, Leute ziehen in die Südstaaten, nach Florida, nach Texas. Texas hat viel Zuzug. Ist auch steuerlich interessanter, weil du keine Landessteuern hast. Ich glaube, aufs Einkommen hast du weniger Steuern, genau. Und also du hast auch, was die Lebenshaltungskosten angeht, weniger. Also die Lebensmittel sind günstiger, der Strom ist günstiger, die Mieten sind günstiger. Also man hat Vorteile, wenn man in den Südstaaten lebt, nicht nur beim Klima, sondern auch auf der Kostenseite. Aber hey, New York hat trotzdem seinen Reiz. Und ich glaube, der Trend wird sich auch wieder umkehren. Dann müssen wir warten, hier sind Flaschensammler. Die geben dann für 5 Cent, die sammeln den ganzen Tag Flaschen und geben das dann ab. Das sind sehr arme Menschen, ganz niedriges Einkommen. Und ich glaube, die verdienen sich noch was dazu, durch dieses Flaschensammeln. Da gehe ich jetzt gerne hin, in die Bäckerei, Michaeli, Bakery aus Israel, der Betreiber. Aber es schmeckt super lecker. Das ist bei mir, Fußwechsel 30 Minuten. Das sieht echt gut aus, aber die süßen Sachen, hey, sind auch eine Sünde. Da muss ich natürlich aufpassen, dass ich am Wochenende gönne ich mir mal so ein Croissant oder so. Die Graffitis finde ich extrem spannend, die es in der Stadt so gibt. Die sind ein bisschen jetzt überhand genommen, es hat überhand genommen, wird alles besprüht. Open Source Software, ich weiß auch nicht, was das soll. Hier so eine Monopoly-Figur. Hey, es wird überall gesprüht. Das ist echt der Wahnsinn. Das ist Wild West. Hier gehe ich gerne einkaufen, Lebensmittel. Das heißt Trader Joe's. Das ist eine Tochter vom Aldi, da siehst du meinen Einkaufswagen. Rumpere, Pilze, Zwiebeln, Erbsen. Das ist eine kleine Schlange, es geht relativ zügig. Das Haus ist verlassen. Es gibt schon schlimme Immobilien, schlimme Häuser, schlimm aussehende Häuser, die verfallen. Das Geschäft, wie sich so ein Modegeschäft halten kann. Das sieht alles so altmodisch aus. Das ist auf der Lower East Side. Versace, wer hat den Film gesehen? Der läuft irgendwo im Streaming-Kanal über den Versace-Mörder. Das war ein brutaler Film. Den habe ich mir zum Teil angeschaut, aber diese ganzen Mörder-Szenen, das war so ein Massenmörder. Also das war schon fast zu heftig. Ja, die Filme werden immer brutal haben, habe ich das Gefühl. Ich habe das zum Teil übersprungen, diese brutalsten Szenen. Handyman, Painting, überall kriegst du Jobangebote. Es ist schon schwer geworden für viele Menschen, über die Runden zu kommen. Deswegen bieten sie halt ihre Jobs mehr und mehr an. Also heute möchte ich mal sprechen über Amadeus Feier. Das ist eine Zeitarbeitsfirma aus Frankfurt, ein Mittelständler. Total solide, total konservativ ausgerichtet. Und wer mit so einer langweiligen Firma langfristig investiert hat, der hätte also wirklich Geld verdient wie Heu. Denn man sieht es im langfristigen Chart. Die Aktie, die war im Tief im Jahr 2003 bei 3,25 Euro. Und ist dann im Hoch bei 157 Euro gelandet. Das sind über 4.700% Rendite, einfach mit Buy and Hold, über 17 Jahre. Ich hatte die Aktie selbst mal viele, viele Jahre. Ich habe sie leider verkaufen müssen, weil ich eine Immobilie gekauft habe. Und das war vor so grob elf Jahren. Das war, also im Nachhinein, das hat mich schon geärgert. Ich wollte sie nicht verkaufen, die Aktie. Also das ist echt ein Dauerläufer, eine super geführte Firma. Aber beim Immobilienkauf habe ich eine Ausnahme gemacht, weil ich brauche ja Eigenkapital. Jedenfalls hast du also nicht nur die 4.700% Rendite gemacht über die Zeit von rund 17 Jahren, sondern auch noch fürstliche Dividenden kassiert. Aber dann kam die Corona-Pandemie. Und dann ist die Aktie auch bitte abgestürzt. Die hat sich mehr als halbiert und der Vorstand hat dann kurzerhand beschlossen, hey, normalerweise schütten wir fürstliche Dividenden aus, aber diesmal gibt es keine Dividende. Wir machen eine Nullrunde aus Vorsichtsgründen. Man hat ja nicht gewusst, wie schlimm das alles noch wird mit diesem Corona und der Pandemie und diesen ganzen Lockdowns und der Arbeitslosigkeit und so weiter. Aber die Aktie hat sich jetzt in dem letzten Jahr seit diesem Absturz wieder hochgearbeitet. Wir stehen jetzt irgendwo so bei 117 Euro. Und ich muss dazu sagen, Leute, das ist keine Anlageberatung. Ich mache selbst genug Fehler. Aber schaut es euch selbst an und recherchiert und vielleicht ist das interessant. Also ich habe damit sehr viel Geld verdient. Ich habe sie jetzt leider nicht mehr, aber es ist also schon eine Cash-Maschine, ein unheimlich Cashflow-getriebenes Business ist das. Und ich sehe da noch weiteres Erholungspotenzial. Die haben jetzt auch die Zahlen gemeldet, die vorläufigen. Und die haben sich sogar verbessert, trotz der Pandemie. Das ist erstaunlich. Das EBITDA ist gestiegen auf 41 Millionen, über dem Vorjahr also noch. Und auch der Umsatz ist angesprungen. Und der Vorstand hat die eigenen Prognosen übertroffen. Zuletzt hat er die Prognosen nochmal verfeinert im Oktober, am 22. Oktober. Und hat es also ein gutes viertes Quartal über den Erwartungen abgeschlossen. Natürlich hat geholfen, dass sie mehrere Übernahmen gemacht hatten. Genauer genommen zwei. Das hat halt noch für Dynamik gesorgt beim Umsatz. Also 2020 ist der Umsatz um 20 Prozent gestiegen auf 280 Millionen Euro. 2019 waren es 233 Millionen Euro. Also ein Schwung, total der Schwung reingebracht. Einmal ist die Bildungsfirma Comcave, die haben 50 Standorte, die haben einen Umsatz beigetragen von 61 Millionen Euro. Also einmal die Übernahme von denen. Und dann haben sie noch einen Heidelberger IT-Dienstleistungsanbieter übernommen. Der hat im vierten Quartal für 6 Millionen Euro Umsatz gesorgt. Also natürlich hat das zu dem guten Ergebnis mit beigetragen, die zwei Übernahmen. Und dann, natürlich hat die Zeitarbeit gelitten. Aber trotzdem ist die Marge ordentlich. Und die endgültigen Zahlen werden am 23. März vorgelegt vom Vorstand. Nach der Nullrunde rechne ich damit, dass wieder eine Dividende fließt. Und da weiß ich jetzt gar nicht, wo das hinausläuft. Vielleicht zwischen 1 Euro und 3 Euro. Da müssen wir mal abwarten, keine Ahnung. Aber das war immer ein schöner Dividendenzahler. Und darauf wird es wohl wieder hinauslaufen. Früher haben sie sogar den kompletten Jahresgewinn ausgeschüttet. Das war ein Vollausschütter, weil sie das Cash nicht gebraucht hatten intern. Es war ein starkes, organisches Wachstum. Aber der Vorstand hat dann irgendwann angefangen, noch mehr Übernahmen zu machen. Vorher ging es halt nur darum, aus eigener Kraft zu wachsen. Und dann haben sie halt so viele Weiterbildungsdienstleister übernommen. Auch im Bereich Steuern. Und dadurch haben sie natürlich auch Kredite aufgenommen. Und deswegen wahrscheinlich werden sie jetzt kein Vollausschütter mehr werden. Aber sie werden, das nehme ich mal, stark an die Dividende denken. Und die Aktionäre verwöhnen. Ja, dann haben sie halt diesen Heidelberger IT-Qualifizierer, wo man eben so Kurse machen kann. GFN heißt der. Der hatte einen Umsatz gemacht von 25 Millionen Euro. Den haben sie übernommen. Und haben aber nur 6 Millionen Euro bezahlt, weil das Ergebnis war Plus Minus Null. Also die hatten ein Ergebnisproblem. Und da, aber durch den Kauf, können sie das gut halt integrieren und haben das Potenzial, Großselling zu machen. Das heißt, sie können ihren Zeitarbeitsnehmern Kurse empfehlen. Und dadurch können sie im Grunde die Tochter pushen, GFN. Also die haben viele Möglichkeiten. Wenn sie clever Übernahmen machen, können sie das gut einbinden in das komplette Programm, können ihre, im Grunde ihre Arbeitnehmer, die sie vermitteln an andere Firmen, können sie weiterqualifizieren. Sie können Leerzeiten, wenn sie gerade jetzt nicht weitervermittelt werden können an große Arbeitgeber, dann können sie die Mitarbeiter, die sie haben, eben weiterqualifizieren. Also da bestehen viele, viele Möglichkeiten. Zum Teil wird es ja auch staatlich bezuschusst, wenn man sich da vorbildet. Also es ist eine interessante Firma, die Amadeus Feier. Ich habe sie nicht. Bitte an die Risiken denken. Und ich denke aber, ich rechne mit einer Erholung, auch einer konjunkturellen Erholung. Dann dürfte es wieder besser laufen, noch besser. Schaut es euch mal an.